Täglich atmen Arbeitnehmer in deutschen Büros große Mengen Feinstaub ein, die ihre Gesundheit gefährden können. Wussten Sie, dass Laserdrucker kleinste Feinstaubpartikel ausstoßen? Das beweisen Messungen am Drucker. Die Feinstaubbelastung durch Laserdrucker kann größer als die Feinstaubbelastung an einer stark befahrenen Verkehrsstraße sein. Das geht aus Untersuchungen hervor. Je kleiner die Staubpartikel, desto tiefer die Aufnahme über die Atemwege. Vermutete Schäden nach Partikelgröße. Feinstaubpartikel kleiner als 10 Mikrometer können bereits die Lungenfunktion verschlechtern. Feinstaubpartikel kleiner als 2,5 Mikrometer können Haut- und Augenerkrankungen hervorrufen. Feinstaubpartikel kleiner als 1 Mikrometer können Tumorerkrankungen erzeugen. Die größten Gesundheitsrisiken können von den Staubpartikeln ausgehen, die kleiner als 0,1 Mikrometer sind. Diese können Herz- und Lungenkrankheiten verursachen. Mit dem neuen Tesa Clean Air Feinstaubfilter können Arbeitgeber Ihren Angestellten jetzt ein sauberes und gesundes Arbeitsklima schaffen. Der Filter lässt sich schnell und einfach vor dem Lüftungsschacht des Druckers befestigen. Reinigen Sie das Gehäuse rund um den Lüftungsschacht mit einem feuchten Tuch. Bitte verwenden Sie keine Bürogerätereiniger. Ziehen Sie das Trennpapier von den Klettstreifen ab. Bringen Sie den Filter auf dem Lüftungsschacht an. Ziehen Sie den Filter vorsichtig wieder ab. Drücken Sie die Klettbänder nochmals fest an. Befestigen Sie den Filter wieder am Gerät. Der Tesa Clean Air Feinstaubfilter filtert bis zu 94% aller lungengängigen Feinstaubpartikel. Er besteht aus umweltneutralen, vollständig recycelbaren Fließstoffen. Dank seines dreilagigen Aufbaus und zusätzlich elektrostatisch geladener Mikrofasern in der mittleren Lage werden selbst lungengängige Feinstpartikel dauerhaft gebunden. Unabhängig von der spezifischen chemischen Zusammensetzung der imitierten Feinstäube. Die erste Lage besteht aus einem Hochleistungsvlies, das grobe Partikel vorfiltert. Die zweite Lage enthält elektrostatisch geladene Mikrofasern zur Bindung von Feinstpartikeln. Die dritte Lage besteht aus einer extra feinporigen Schicht für die kleinsten Partikel. Alle Partikel werden dauerhaft gebunden. Die Micron Air Office Technology wurde von der Freudenberg Filtration Technologies entwickelt, einer der erfahrensten und innovativsten Unternehmen auf diesem Sektor. Der Tesa Clean Air Feinstaubfilter hält bis zu 70.000 gedruckte Seiten oder bis zu 12 Monate, ohne die Funktion ihres Druckers zu beeinträchtigen. Die Entsorgung erfolgt umweltschonend über den Hausmüll. Über das Entlüftungssystem von Laserdruckern wird Feinstaub in die Luft abgegeben. Man unterscheidet zwei Druckertypen mit unterschiedlichen Lüftungssystemen. Laserdrucker mit einer zentralen Lüftungsöffnung können mit einem Filter ausgestattet werden. Der Tesa Clean Air Feinstaubfilter ist für 70% aller Drucker geeignet. Ob Ihr Drucker mit einem Filter ausgerüstet werden kann, können Sie einfach und schnell auf www.tesa-clean-air.com prüfen. Schützen auch Sie sich mit Tesa Clean Air.